Sagt dir der Name Annie Edson Taylor etwas? Nein? Genau aus diesem Grund hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben. I had worked as a teacher for years when I decided to pass the Niagara Falls in a barrel. Ich hatte seit Jahren als Lehrerin gearbeitet, als ich entschied, die Niagara-Fälle in einem Fass zu passieren. In diesem Satz werden zwei unterschiedliche Zeiten verwendet. Einmal das Past Perfect, die sogenannte Vorvergangenheit, und das Simple Past, die einfache Vergangenheit. Beide sind Zeitformen der Vergangenheit. Die Handlung, die bereits vor einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit stattgefunden hat, wird im Past Perfect ausgedrückt, der Vorvergangenheit. Ich hatte seit Jahren als Lehrerin gearbeitet. Die andere Handlung, die zeitlich später passierte, steht im Simple Past, als ich entschied, die Niagara-Fälle in einem Fass zu passieren. Beide Handlungen sind abgeschlossen. Das Past Perfect wird vor allem in Erzählungen, Berichten und literarischen Texten genutzt, so wie in Annies Lebensbericht. Es wird oft gemeinsam mit dem Simple Past verwendet. Im Deutschen wird das Past Perfect mit der Zeitform des Plusquamperfekts übersetzt, das mit einer Form von haben oder sein gebildet werden kann. In diesem Fall ist es hatte. Es kann aber auch mit war gebildet werden, wie in ich war jahrelang Lehrerin gewesen. Im Englischen hingegen wird nur ein Hilfsverb genutzt. Gebildet wird das Past Perfect mit had und dem Past Participle. Bei regelmäßigen Verben wird das Past Participle dadurch gebildet, dass an den Infinitiv eines Verbs, hier work, ein ed gehängt wird. Unregelmäßige Verben muss man lernen. Es handelt sich bei dem Past Participle um die dritte Verbform in deiner Schulbuchtabelle zu den unregelmäßigen Verben. Bei dem Verb to be würde dastehen to be, was, where, bin. Bin ist das Past Participle. Doch was hat Annie noch so erlebt? I had tried a test run with my cat before I did it myself. Ich hatte einen Testlauf mit meiner Katze versucht, bevor ich es selber gemacht habe. Keine Sorge, der Katze geht es gut. Wieder steht das Past Perfect für die Handlung, die zeitlich vorrangig stattgefunden hat. I had tried a test run with my cat. Das Simple Past hingegen steht für die Handlung, die zeitlich später stattgefunden hat. Before I did it myself. Das Past Perfect wird wie zuvor mit had und dem Past Participle gebildet. Das Past Participle wird gebildet, indem an den Infinitiv eines Verbs, hier try, ein ed angehängt wird. Schaut man sich die Form von tried allerdings genauer an, sieht man eine Besonderheit der Schreibweise. Steht im Infinitiv ein Konsonant vor dem y, bei try ist es ein r, dann wird das y zu einem i. Manche Infinitive enden auf ein sogenanntes stummes e, also ein e, das nicht zu hören ist. Bei solchen Wörtern, zum Beispiel like, wird kein ed angehängt, sondern nur ein d. Manchmal wird bei der Bildung der Vergangenheitsformen der Konsonant eines Verbs gedoppelt, nämlich dann, wenn ein Infinitiv auf einen einfachen Konsonanten endet, wie in plan, das dann zu planned wird. Wie geht Annies aufregende Geschichte weiter? I had managed to pass the Niagara Falls when they opened the barrel. Ich hatte es geschafft, die Niagara-Fälle zu passieren, als sie das Fass öffneten. Wieder wird durch das Past Perfect die Vorvergangenheit ausgedrückt. I had managed to pass the Niagara Falls. Und durch das Simple Past die neuere Handlung in der Vergangenheit. When they opened the barrel. Das Past Perfect wird wie gewohnt gebildet, mit had und dem Past Participle. Wie konnte Annie das schaffen? I had put a heart-shaped pillow for luck in the barrel before I entered it. Ich hatte ein herzförmiges Glückskissen in das Fass gelegt, bevor ich es betreten habe. Wieder wird deutlich, dass die Vorvergangenheit mithilfe des Past Perfect ausgedrückt wird. I had put a heart-shaped pillow for luck in the barrel. Put ist eines der unregelmäßigen Verben, das gelernt werden muss. Das Simple Past steht für die neuere Handlung in der Vergangenheit. Before I entered it. Annie Edson Taylor hatte wirklich ein aufregendes Leben. Bevor wir uns anschauen, was aus ihr geworden ist, gibt es noch schnell die Zusammenfassung. Das Past Perfect ist die sogenannte Vorvergangenheit. Es wird vor allem in Berichten, Erzählungen und literarischen Texten verwendet. Gebildet wird es mit had und dem Past Participle. In diesem Fall ist constructed eines der regelmäßigen Verben, das mit der Endung ed gebildet wird. Das Past Perfect drückt aus, dass eine Handlung vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hat. Leider hat Annie Stunt ihr nicht den erhofften Ruhm und Reichtum eingebracht. Aber wenigstens kennst du jetzt ihre Geschichte.